So, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate und ja, das haben wir ein bisschen hingekriegt. Ich dachte mir, jetzt ist das alles hier brennt, aber scheinbar nicht. So, ich guck mal gerade wegen irgendwelchen Fähigkeiten, also wir haben ja schon mal Fähigkeiten bekommen. Vier Stück insgesamt, okay, sehr gut. So, nehmen wir das mit, Gesundheitsboost, zwei. Und dann nehmen wir die Türen. Schlosser Knacken, zwei. Und ein neues Level, aber halt, dann sind wir vier. So. So, die Pipus hin. Vielleicht haben wir denn 150. Ah, wir müssen die Pipus holen. Aber ist egal, scheiß drauf. Das Wichtigste ist, dass wir die Aufgabe geschafft haben. Aber wir konnten, glaube ich, unseren Charakter ein bisschen aufbauen, ne? Führt mal gerade ein. Inventar, weil irgendwo, habe ich jetzt gerade gelesen, dass wir tatsächlich ein bisschen was aufbauen können. So. ещьте, wenn ihr das arr fangen, oder? So. 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 So, die Schusswaffen. Warte mal. Schusswaffen, Gürtel. Bauen wir nochmal ein bisschen was auf. So, jetzt haben wir eine Verteidigung nochmal und Schleichen ein bisschen aufgebaut. Monturen. Ja, die bringen außer Optik nichts. Okay. So. Das reicht mir. Ich beobachte dich. So, einmal Gute Nacht sagen hier. Die zwei Hansels da. Mach alles mit. Ich glaube, den haben wir... Den brauchen wir gar nicht zu plündern. Nee, auch nicht. So. Dann gucken wir mal, wo unsere nächste Mission ist. Darum ist das also zu cool. Ich muss gerade gucken, mich orientieren. Dann fangen wir mal kurz die Schläger. Kann ich die nicht? Warte mal, wo müssen wir denn überhaupt jetzt hin? Da unten. 500 Meter. Na gut, dann machen wir das doch. Dann machen wir mal das als nächstes da. Dann gehen wir mal straight durch, was das Spiel uns so ein bisschen vorgibt. Hier sind jetzt ein paar feine links, aber wie gesagt... Äh, rechts, Entschuldigung. Links gehen wir jetzt lang. Ich hab dir einfach mal geholfen, mein Freund. So, weiter geht's. Ja, wenn wir natürlich ein bisschen Verbündete haben, äh, so zwischendurch, dann brauchen wir nicht uns groß mit irgendwelchen Leuten hier rumschlagen. Na, das ist ein Polizei. Ist ja egal. Die lassen wir auch mal ein bisschen in Ruhe. Muss ja nicht unbedingt immer nur Stress, Stress, Stress sein. Kann ja auch mal ein bisschen, weil der... So, Limbeth, nicht da oben hat der. Ich sag mal hier, C, okay. Was ist das für eine Mission? Sprung wieder Jack. Ach, das sind Erinnerungen. Okay, das ist leider mir egal. Ich mach jetzt auch mal die Mission da. Vielleicht führst du dich anders auf, wenn ich die damit... So. So, das Gute ist, dass wir hier ein bisschen... Ja, dann schauen wir... Ihr Gegner leuchtet eine Lärm-Blocke, geil. So. Nehmen wir mal mit hier die Mission. So, die bringen wir mal die aus. So, wieder mal ein bisschen Ruhe. Die sabotieren wir mal die Glacke. Damit wir hier mal ein bisschen Ruhe haben. Da oben ist wieder eine Kiste. Die gucken wir uns mal genau an. So, was wollen die hier jetzt, äh... Ist das für uns jetzt irgendwas noch interessantes? Ne, das ist so ein... So ein Heu-Wägelchen, ne? Ah, okay. Wir führern mal auf dem Gebiet hier. Und dann haben wir eine kleine Mission erledigt. Und zwar die Templer-Jagd. Cool, wir haben Aufgaben geschafft. Wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte gekriegt. Wir haben ein bisschen Kohle bekommen. Hat doch sich schon mal gelohnt. Henry Green, Loyalitätslevel. So, dann haben wir das kleine Gebiet hier mal freigemacht. Ja gut, wir müssen mal die Mission machen, um die Dinger zu befreien. Und die weiterlich zu befreien. Ne, das ist es halt. So, gucken wir mal gerade kurz, was wir noch zu erledigen haben. Ich werde jetzt eigentlich ungern. Ja doch, machen wir das auch noch in der Folge hier. Hier ist noch irgendwo ein Feind. Gute Nacht. So. Haben wir noch irgendwo gerade was? Das war jetzt hier irgendwie groß. Ach hier. Da sitzt noch ein Einhain in der Kutsche oder was? Ich habe schon ein bisschen was früher abgesprungen. Dann kotzt man mich nur ein bisschen. Ich mag mich nur ein bisschen orientieren. Da ist noch eine Kisse. Ja, dann machen wir heute nur ein bisschen einen kleinen Scheiß. Dann machen wir die große Mission machen in der nächsten Folge. Dann können wir mal kurz gucken. Hier unten ist mich die Kisse irgendwo. Wir haben ja noch Feinde irgendwo in dem Gebiet. Nö, haben wir nicht. Hup, hup, hup und öffnen. Vor allem kann man alles gebrauchen, was hier so rumläuft. Ein Fähigkeitspunkt am Alten. Jippie, jay, jay, Schweinebacke. Gut, dann checken wir das mal gerade kurz aus. Ob wir die noch ein bisschen aufbauen können, unseren Freund. Äh, Fähigkeiten hier. Können wir doch irgendwo einen Einsatz, den wir ein bisschen hochpushen können. Mäh. Nein. Okay, leider nicht. Leider nicht. Gut. Ja, auch wenn es noch eine etwas kurze Folge war, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed. Und dann machen wir diese Mission, die gleich jetzt hier anspringt, wenn ich da jetzt erstmal hinkomme. Ich gehe da kurz hin. Noch schnell. Ja, wie gesagt, manchmal muss das einfach auch sein, dass wir hier mal kurze Templerjagd machen, dass ich euch das Zeug kurz zeige. Genau, da steht der. Genau, und das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin und tschüss. Ja, das ist ja das Flugzeug. Das ist ja das Flugzeug. Ja. Das ist ja das Flugzeug. Ja. Das ist ja das Flugzeug. habil vacation.